Hochinteressant, der Hochschuber-Podcast. Hallo liebe Hochschuber-Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Hochinteressant. Ich bin die Karin Leb und darf heute meine Tochter, unsere Tochter, die Julia, vertreten. Die ist ja der Host dieses Podcasts. Mein heutiger Gast ist der Christian Satek. Herzlich willkommen, Herr Satek. Danke für die Einladung. Sie sind seit über 14 Jahren, der Martin und ich, wir sagen immer der Hüter über Stil und architektonische Entwicklung, Interior Design, unser Begleiter und auch Vertrauter in allen Umbauten, die wir die letzten 14 Jahre realisiert haben. An ihrer Seite die Sabine Kreuzspiegel, ihre Partnerin von Mirror Interior. Und man darf nicht vergessen, wir werden ja auch noch begleitet von einem sehr guten Architekten, der für dieses ganze, helfen Sie mir, wie heißt das, was der Herr Fischbach macht? Also für die Bautätigkeit und für die Bauüberwachung und Bauabwicklung gibt es den Ingenieur Fischbach, der das begleitet und die ganzen Vergaben macht. Alles Bauliche macht er. Und unser Büro, ich und meine Partnerin entwerfen die Inneneinrichtung, besorgen die Ausstattung, stimmen das aufeinander ab und so ist die Arbeitsteilung. Und wir sagen immer, der Herr Satek ist für die schönen Dinge zuständig und der Herr Fischbach für das Grobe. Ja, so kann man das sagen, natürlich. Also darf nicht unterschätzen, auch Innenarchitektur funktioniert nur mit sehr durchdachten, baulichen Maßnahmen. Wenn also die Steckdosen falsch sitzen, dann muss man stemmen und wenn die Lüftung nicht funktioniert, ist es vorher falsch geplant. Das heißt, es ist sehr vieles bei den Umbauten, bei den Renovierungen, die wir begleiten durften, ist sehr viel Bauliches mitzudenken. Und da arbeiten wir aber auch verschränkt, weil mein Büro plant architektonisch. Ich habe auch Architekten, die mich begleiten und meine Projekte zeichnen. Aber das ist gut, eine Arbeitsteilung zu haben. Ja, und das funktioniert auch viele Jahre schon sehr gut. Und 2010 war unser erstes Projekt, wir sitzen hier mittendrin, das Wortreich. Aber jetzt müssen Sie erzählen, es gab ja eine Vorgeschichte. Bevor Sie unser Berater wurden, waren Sie ja auch ein paar Jahre Gast. Das ist richtig. Bitte erzählen Sie, wie sich das zugetragen hat. Ja, das ist nicht unwichtig, denn als Gast lernt man ein Haus besser kennen. Und andererseits, wenn man eingeladen wird von einem Auftraggeber, dann hat man einen anderen Zustand zu so einem Projekt. Und wie Sie richtig sagen, wir sind hier, das ist so das Projekt Stammgäste, wir haben neue Gäste. So funktioniert das Haus sehr erfolgreich. Und das ist auch ein Kompliment für das Haus, weil die, so sind wir auch ins Haus gekommen. Die Schwester meiner Partnerin war hier schon öfter Gast und man hat immer Fabeldinge gehört. Ja, das ist so schön. Und dann die Brunnen und das Wasser und das Essen und die Außenbecken und das alles. Also alles ist eine Zauberwelt. Und dann waren meine Kinder noch sehr klein. Also mein Sohn war damals und dann hat meine Frau ihre Schwester begleitet mit den Kindern. Und die sind noch begeisterter zurückgekommen. Jetzt habe ich das mitten sozusagen zu Hause dann schon gehabt, alles die Begeisterung. Und ich hatte immer sehr viel Arbeit und da konnte ich die ersten Winter nicht mitfahren. Also ich habe das eher so über Erzählung und über Begeisterung hat mich das angebrandet. Und dann bin ich einmal auch mitgekommen. Mussten Sie mit, oder? Nein, nein, sehr gerne natürlich. Ich bin auch gerne Ski gelaufen und habe den Winter gern und Jahreszeiten gern. Und dann habe ich das kennengelernt. Und das wurde mir auch so beschrieben, dass das eben sehr viele verschiedene Stimmungen hat, das Haus. Und ein Familienhotel, ein typisches mit vielen gewachsenen Gebäudeteilen und Inneneinrichtungen. Aber im Endeffekt, so wurde mir es auch beschildert, eigentlich ein Durcheinander, aber charmant und man fühlt sich wohl. Und einem strengen Maßstab an Innenarchitektur, deiner Stringenz hält das ja nicht stand. Das hat man schon gewusst, aber es gibt ja diese Kategorie von Architektur, die gewachsen ist und die ja eigentlich sehr hoch geschätzt wird. Wenn die Dinge sich in Schichten übereinander legen und dann eine Stimmung herstellen. Aber unsere ersten Jahre, die waren ja nicht ganz friktionsfrei, wenn man so will. Also ich habe heute nachgelesen, meine Karteieinträge, die ich akribisch führe, damit ich mich an alle Gäste erinnere. Also Herr Saate kam an, es gab kein Gepäckservice und dann wurde ihm also gemütlich am Anreisertag in der Zirbensauna lag um Punkt 19 Uhr oder drei Minuten vor 19 Uhr wurde das Licht in der Zirbensauna abgedreht. Also alles erinnere ich mich. Das ist den Schilderungen zu verdanken, dass das Haus so toll ist und für alles ist gesorgt und das ist eben wirklich eine sehr hohe Kategorie. Und wozu muss man sagen, der Hochschober ist ja ein spezielles Hotel, das hat ja eine inoffizielle Anlernzeit für die Gäste. Und wenn man dieses Diplom nicht erworben hat, dann endet man so wie ich beim ersten Besuch, der nicht weiß, dass man sich auf ein Flughafengepäck wackelt, sein Gepäck selbst ins Zimmer radelt. Aber wir sind ja auch schon besser geworden, Herr Saatek. Das ist ja auch einige Zeit jetzt. Das ist gemischt. Wenn man Hilfe will, bekommt man sie. Sie haben mal gesagt, der Hochschober ist ein bisschen do-it-yourself. Was mir auch so gut gefällt, ist, dass Sie über die Jahre, wo Sie uns schon begleiten, auch immer so mit uns reflektiert haben über Entwicklung. Es ist also immer auch ein total inspirierender und auch ein sehr humorvoller Austausch. Und ich muss Ihnen auch an der Stelle sagen, dass jemand unser Haus doch kritisch anschaut und auch historisch gewachsene, wie nennen Sie diese besonderen Ecken, diese… Ja, so wunderliche Ecken. Wunderliche Dinge, genau. Dass ich das so nehmen kann, diese konstruktive Kritik, das liegt auch daran, dass es immer ganz viel Humor verpackt. Ja, danke. Aber dazu jetzt noch einmal zu meinem Einstieg. Ja, dass er eine große Erwartung hat, man fährt vor, wer hilft mir, der Wagen ist voll und so. So ist es. Und man lernt aber dann, dass man sehr viel anderes bekommt und dass alle sehr bemüht sind und sich wirklich liebevoll kümmern. Aber das Haus hat seine Eigenheiten und die sind aber geliebt von den Gästen. Und wie gesagt, Gäste, die nicht eingeweiht sind, die können auf das eine oder andere stoßen, wo sie dann berechtigt sagen können, naja, sollte ich mir das nicht vorstellen, aber das macht auch den Charme des Hauses aus. Und es hilft, wie gesagt, wenn man sich ein Gästediplom besorgt über ein, zwei Besuche und das lernt. Sie sind über die erste Diplomprüfung hinausgegangen und dann war es ja auch so, dass wir dann in Kontakt getreten sind. Sie haben einmal ein Gespräch gebeten, aber wie war das? Nein, nein, wir hatten bereits unser erstes großes Projekt abgeschlossen. Das ist in Bad Gleichenberg ein sehr großes, also in Bad Gleichenberg das Kurhaus, damals neu entwickelt. Da haben wir, das hat sich, ich komme ja ursprünglich aus Werbung, Marketing, Markenpositionierung und die hatten ein großes Positionierungsprojekt für Bad Gleichenberg. Das ist ja einer der ältesten Kurparks und ein alter Kurort in der Steiermark. Und da hat ein Kunde, den wir beraten haben in der Entwicklung von diesem großen Projekt, im Marketing beraten. Dann haben wir gesehen, dass die Architektur gleichzeitig auch entstanden ist, sehr ambitioniert, sehr speziell ist. Nur die Inneneinrichtung hat dem Auftraggeber nicht gefallen. Und wenn man jemanden beratet, dann darf man auch sagen, also irgendwann habe ich gesagt, eigentlich können wir das schöner. Und so sind wir zu diesem Projekt gekommen und da haben wir sehr viel gelernt. Es ist auch sehr schön, man kann es noch immer auf unserer Website sehen, mirrorinterior.com, das ist das Kurhaus Bad Gleichenberg. Und da haben wirklich über zehntausende Quadratmeter alles eingerichtet als Knallfallprojekt. Ich habe vorher schon auch Interior gemacht für die aus den Airlines mit englischen Partnern und Shop-Architektur aus meiner Werbezeit kommend und Markentwicklungszeit. Aber meine Ambition war dann, das Gestalterische beim Innenbereich und auch für meine Partnerin, die aus der Mode kommt, ist dann schon auch speziell, wenn man in eine längerfristige und eine nachhaltigere Arbeit geht. Weil ein Werbeplakat, mit dem ich auch sehr erfolgreich war, das ist übergelebt nach vier Wochen. Aber eine Einrichtung, wie man die hier sieht, die übrigens soeben renoviert worden ist, nach, ich glaube selber nicht, 2009 war das. Für mich war das, ist das gefühlt, vielleicht vier, fünf Jahre her. Und der Haustapezierer, der Fantastische, hat das prachtvoll gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass man solche gekurften Sessel so schön neu überziehen kann. Ich freue mich sehr, dass ein Entwurf, der 14 Jahre alt ist, eins zu eins wieder so hergestellt wird. Das ist unüblich und das freut uns sehr. Und das schaut auch immer frisch aus, das Wortreich. Aber es ist ja auch das Besondere, dass wir gemeinsam so einen hochschubatypischen eigenständigen Stil entwickelt haben. Und dass wir auch, dass es Ihnen gelungen ist, und da bin ich jetzt schon bei meiner nächsten Frage, wie Sie hier, aber wir müssen noch etwas erzählen, Entschuldigung, nochmal zurück. Sie haben dann, es gab ein paar Gespräche über, also wie mache ich den Herrn Saate glücklich als Gast. So haben wir uns dann ein bisschen kennengelernt. Und dann haben Sie mir gesagt, da haben Sie erzählt, was Sie machen und haben von dem Hotelprojekt in Bad Gleichenberg erzählt. Und dann, was mir so gut gefallen hat, Sie haben dann uns aufgezeigt, das besondere, stilistisch Wertvolle des alten Hochschubers aus den 60er Jahren, wo wir dann später recherchiert haben, welcher Südtiroler Architekt das gemacht hat. Und Sie haben uns aufgezeigt, dass es eigentlich eine Chance wäre, aus diesem schönen Alten sich weiterzuentwickeln, sozusagen eine Evolution aus dem alten, guten Design. Und so hat, das war eigentlich unser Anfang. Ja, das ist ja schön. Das ist eigentlich der Nukleus, um den sich alles bewegt. Wir haben gehört, Sie wollen erneuern, Sie müssen erneuern. Weil damals wurde die Übergabe bereits vorbereitet von Ihren Eltern. Und besonders, also mit dem Vater hatten wir dann auch Kontakt. Wir haben das auch wirklich so mit der Muttermilch sozusagen mitbekommen. Ihr Vater war und ihre Mutter auch ganz spezielle. Der Name ist es ja noch immer. Ihr Vater war besonders charismatisch und hat ja sehr viel vorgezeigt und hat sehr viel gewagt. Und das hat ja, sein Geist, hat ja das Haus so zur Spezialität gemacht. Und natürlich gab es Dinge, die halt in die Zeit gekommen sind, die vielleicht geschmacklich nicht mehr so am letzten Punkt waren, aber es war so liebevoll geführt. Und wie wir gehört haben, um auf den Punkt zurückzukommen, dass Sie denken, umzubauen, und irgendwie haben wir dann unsere Augen schon auf die Dinge geworfen, die uns gut gefallen, die alten Dinge. Und wenn man hört, leider ist das immer die Regel, fast immer die Regel, ah, wir bauen um, dann fliegen eigentlich schöne alte Sachen oft raus. Vor allem in österreichischen Familienhotels. Und weil das immer gemacht wurde, bleiben wenig Dinge über. Das heißt, nach zehn Jahren, zwölf Jahren ist alles kaputt und alles raus. Und hier haben wir gesagt, ja, aber da sind so schöne Sessel in Vollholz, schöne 60er-Sessel, so im skandinavischen Stil, aber auch wunderschöne Holztevelungen, die man ja als Gast kennt. Und die waren in einem alpinen, modernen Stil, der in den 30er, 40er Jahren seinen Anfang genommen hat. Und wir haben als Architekturinteressierte, der hat uns immer sehr beeindruckt, wie man alte Formen modernisieren kann, in die jetzige Zeit bringen kann. Und so haben wir dann interveniert, haben gesagt, nein, nein, bitte schmeißt Sie auch nichts weg, die Hocker nicht. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und es hat auch dann meinen Eltern gut gefallen, dass jemand das wertschätzt. Und dann haben wir da sozusagen auch ein bisschen so, sind wir in die Historie auch eingestiegen. Und haben das neu gesehen. Ja, und auch neu wertgeschätzt. Und daraus ist ja dann eben das erste Projekt Wortreich war zwar viel Neues auch entstanden, auch so modernes Design, aber das Meisterstück war ja dann die Halle, die Kaminhalle, die ja auch das Herz ist. Ich glaube, ich habe die Mama nochmal gefragt, 60er-Jahre wurde das gebaut. Und das dann sozusagen als Ausgangspunkt für die Entwicklung zu sehen. Ja, unser Leitstern war diese moderne Alpinarchitektur. Da gibt es viele Beispiele, da gibt es tolle Protagonisten. Ich habe das auch dann in der Beschäftigung mit diesem Haus mich immer weiter informiert. Und ja, das hat einen guten Kern. Das ist eine sehr wertvolle Ausstattung. Es ist Vollholz, es ist Tropenholz, es ist ein ganz besonderes Holz. Das kann man heute gar nicht mehr sagen, Herr Sade. Naja, aber damals war das so. Ich sage immer, das ist gebeizte Eich. Ja, aber das ist eine Art Mahagoni. Das ist Ramin. Die Mama hat mir immer gesagt, wie es heißt. Ja, das hat einen Namen. Es gehört zur Mahagoni-Familie, habe ich mir dann auch sagen lassen. Wir sollten es eigentlich wissen. Aber irgendein Titel hat mir gesagt, das gehört zur Mahagoni-Familie. Egal, das ist sehr opulent und aus vollem Material gearbeitet. Und der Leitstern war dann, diesen Kern zu erhalten und dann das auszutauschen, was vielleicht eine weniger gute Qualität hat von Gestaltung. Und so zu ergänzen zu diesem guten Kern, dass es oszilliert zwischen, das hätte schon dastehen können oder ist es auch neu. Das kann ruhig so ein Hybrid sein zwischen, ich bin neu, aber ich passe dazu. Und so hat sich das fortgesetzt. Und das ist auch der Stil, der uns auch im Privatbereich, wir richten auch Luxuswohnungen ein, auszeichnet, dass wir Epochen mischen. Alte Dinge, neuere Dinge, Klassiker. Das ist eine Schule im Interior Design, die pflegen manche. Aber man versteht immer so Design, alles ganz neu und alles ganz cool. Und es gibt ja genug Beispiele, wo sich alles selbst ähnlich in grau und eckig und cool und nieder. Und das ist hier nicht das Projekt und das ist aber auch nicht unser Programm. Wir lieben viele alte Dinge. Wir sind eigentlich, ich bin auch so Romantiker, auch die Sabine Kreuzspiegel, wo wir uns in alte Dinge verlieben und auch festhalten an alten Sachen. Aber auch uns für Avantgarde Dinge total begeistern können. Und das zusammenzuführen, ganz moderne Sprache. Der Stuhl zum Beispiel, auf dem ich sitze, ist ja eigentlich ein moderner Klassiker, so wie er in den 60ern entstanden ist. Er ist ein norwegischer Entwurf. Er ist aber, glaube ich, ein jüngerer Entwurf, aber im Geiste der Moderne der 60er Jahre. Und die Tagesliegen sind eigentlich mehr so 30er Jahre in dieser kubischen Form. Also egal, wenn man gut mischt, wenn man eine gute Collage macht, ist das immer spannender und angenehmer für die Behaglichkeit, als wenn alles durchgezogen ist in einem Stil. Das ist einfach poesielos. Und was für uns halt so ein Maßstab natürlich ist, nicht ob es uns gefällt oder unserem Architekten, sondern ob es den Gästen gefällt. Und ich finde, seit wir zusammenarbeiten, hören wir von den Gästen bestätigt, dass sie sagen, es hätte immer schon so sein können. Und die große Kunst ist auch zum Beispiel in den Zimmern, wo wir ja wirklich 2012 begonnen haben, alles, also die Stammhauszimmer zu renovieren. Jetzt haben wir ja einmal alles durchrenoviert und fangen wieder von vorne an. Dass da so ein eigenständiger Stil entstanden ist und dass das einfach, das gibt es nur im Hochschober, diese schönen Muster, Formen, die Stoffe, die die Sabine Kreuzspiegel designt, entwickelt. Also das ist alles so liebevoll. Ja, das ist so ganz gegen den Trend. Also damals hat es schon begonnen. Danke. Also in den Tausenderjahren war ja dann alles, ist diese coole Moderne, hat sich dann verbreitet. Und wenn Sie heute eine Investorenbroschüre für ein cooles Bangalow sehen, schaut es noch immer gleich aus wie vor 20 Jahren. Alles eckig und cool, vielleicht ein bisschen gerundeter. Aber das war hier nicht die Frage, sondern man hat gesagt, naja, was ist, wenn ich, wir richten immer nach dem Geist des Ortes ein. Der Ort ist halt 1.800 Meter, fast 2.000 Meter. Und das heißt, diese Herausgehobenheit, die man ja als Gast, die man dem Gast anbieten soll, er ist nicht zu Hause, er ist auf einem anderen Platz, er ist auch auf einer anderen Seehöhe. Und wie kann ich das da und dort abbilden oder welche Zeichen kann ich setzen dafür? Und natürlich sagt man, dann ist ja alles romantische Architektur, so wie sie auch immer schon war für Touristen und für Fremdenverkehr. Man zeigt Schmiedeeisen, man zeigt Stein, man zeigt Loden. Man verdichtet eine Welt, die sich die Menschen zurecht gedenken. Jetzt fahre ich auf dem Berg, jetzt fahre ich aus Land. Ja, so ist es. Warum soll man das enttäuschen? Ich könnte natürlich hier auch ein Raumschiff raufsetzen. Und dann wird es auch Menschen geben, die das spannend finden und das kritisiere ich nicht. Aber hier muss man Erwartungen erfüllen und dann erweitern und eine Welt schaffen, die eben dem Platz entspricht. Das sind die Zirben und das sind die Steine und das hat die klassische, moderne alpine Architektur auch immer getan. Und wir haben das versucht, hier weiterzuführen. Für Sie ist das so selbstverständlich, aber wir waren natürlich auch versucht, wie wir gekommen sind. Da habe ich mich jetzt mit der Mama ein bisschen beschäftigt, wo wir auch so recherchiert haben, wer waren denn die Architekten, die uns begleitet haben. Die haben wir erstaunlich oft gewechselt und auch so, die Mama weiß gar nicht mehr, da gab es den Schweizer Architekten und den Andersack, den Südtiroler und so. Keiner weiß mehr, warum man so viel gewechselt hat. Aber was ich sagen will, wir waren natürlich auch so versucht, Moden anzuhängen oder so zeitgeistigen Trends oder so. Weil wir sind ja nicht, wir können, glaube ich, einiges aus unserer Fachausbildung heraus, aber wir haben keine Ahnung von Interior Design und von Architektur. Und da waren wir natürlich auch ein bisschen, da haben wir auch ein paar so Schnitzer gemacht, wie wir gekommen sind. Aber Sie waren ja dann unser stilistischer Retter, Herr Sadek. Das ist erd uns, das ist auch das Ziel gewesen, dass das so lange gut geht, hätte ich nicht gedacht, weil es gibt ja so Zyklen, wo man zusammenarbeitet für fünf Jahre, dann kommt der nächste Prophet. Aber das freut uns und wir haben auch eine besondere Beziehung aus dem Grund, dass das reüssiert hat. Für mich ist es auch ein sehr emotionales Projekt, auch wenn wir heuer nur ein paar Zimmer umgebaut haben. Das muss wieder alles passen und ich weiß, wenn wir die Fertigstellung haben, freuen Sie sich schon immer wirklich wie ein Kind zu Weihnachten. und das wollen wir auch dann erreichen. Und diese Emotion, ihnen die Freude zu machen und auch das Vertrauen, das wir haben, da baut sich eben was auf, so wie halt zwischen Stammgästen. Aber zurück jetzt zu den Architekten. Die Geschichte des Hauses, wo Sie sagen, da ist ein Lapsus passiert, das ist nicht so gut, das bildet ja auch die Zeit des Sturm und Drangs auf des Tourismus. Die Zeit ist ja so schnell gelaufen, was Ihr Vater, da war das Haus, haben Sie erzählt, das war ja mal sprichlich 34 erbaut und dann ist es, glaube ich, abgebrannt. Genau, 36 war das. Und das ist ganz schnell wieder aufgebaut und das ist ein rasender Zeitpfad. Und nach dem Krieg war das so eine explosive Entwicklung, vor allem mit Tirol. Das hat es auch dann hier erreicht. Und ständig war der Druck da, man muss vergrößern, weil da ein Boom war mit dem Skifahren. Und was ist das nächste tolle, heiße Ding? Aber so ist auch der Andersag entstanden. Ich glaube, Ihr Vater hat ja eine Südtirol-Reise gemacht. Genau, damals mit unserer Erfa-Gruppe. Das zeichnet ihn ja auch aus. Er hat gesagt, ich nehme nicht den angesagten Tischler in der Ebene Reichenau oder aus Murau. Den brauchen wir und der ist ganz wichtig, weil die machen bei uns die laufenden Reparaturen. Ja, ja, aber er wollte einen Look. Und wer war damals führend? Das hat mich auch erst vor kurzem beschäftigt. Italien hatte ja einen unglaublichen Boom, der ja dann abgerissen ist, weil ich auch alles aus den 50er und 60er Jahren in Italien sehr schätze. Aber das war auch für Südtirol. Die hatten Förderungen, die hatten einen, und die Südtiroler, ich kann mich erinnern, wie ich nach Schule war oder nach der Grafischen, sind wir nach Südtirol gefahren, nach Wolkenstein, weil da waren schon die großen Häuser und das war irgendwie schon, da hat es auch ein Brustuch zum Frühstück. Für uns war das Lifestyle in Südtirol-Skifahren und die Häuser waren auch toller. Also Tirol, Nordtirol hat teilweise mithalten können, aber die wirklich tollen Häuser, die ersten tollen, waren so Wolkenstein und St. Christina und so weiter. Und ihr Vater ist nach Erzählung ja dorthin und hat dann die Arbeit von dem gesehen, weil die waren dann schon ein, zwei Generationen voraus mit der Architekturentwicklung und so ist der Architekt hierher gekommen, der die Identität gestiftet hat. Aber einen Architekt muss man noch würdigen, der nämlich das Haus nach dem Brand in den 30ern errichtet hat. Das ist das Mittelgebäude, das jetzt nicht mehr sehr gut lesbar ist. Weil es schon so oft angedockt wurde. Weil es angepropft wurde, ja. Und das Gebäude ist für seine Zeit sehr fortschrittlich. Es hat umlaufende Balkone, es hat eine durchgehende Walme und das ist eigentlich ein Streamline-Stil, also ein Oceanliner-Stil, wo man alles horizontalisiert hatte mit einem Risalit, einem seitlichen Eingangsblock. Das ist ein tolles Entwurf und der hat auch einen Preis bekommen, wie wir gehört haben. Ich wollte mit der Mama das gemeinsam recherchieren, wir haben es nicht ausbekommen. Ja, aber das hat einen Architekturpreis bekommen. Und die Schule, das dürfte, ich sage immer so, ein Schüler vom Holzmeister gewesen sein, vom Clemens Holzmeister. Das war so der Geist, da gibt es auch Tirol-Architekten, die modern gebaut haben und das war ein super Entwurf. Und der steht auch noch gut da mit diesen durchgehenden Balkonen und diese Walme, die sich da so schön drüberlegt. Ist ein moderner Entwurf gewesen. Weil Sie gesagt haben, wir sind immer würdigen. Also ich würde aber jetzt ganz gehört noch auch die anderen Architekten würdigen, weil ich das jetzt eben recherchiert habe. Da gab es einen unbekannten Schweizer, der hat die Studiozimmer gebaut, von denen Sie immer sagen, dass die so großzügig sind und wie wir die jetzt zum 15. Mal renoviert haben. Immer gutes Layout, ja. Ja, also immer noch gut. Dann gab es den Architekten Gernert aus Damsweg, der hat die EPZ gebaut. Die waren damals totale Ankommer. Und dann kam für 20 Jahre, das muss ich unbedingt auch sagen, der Architekt Assek. Denn meine Eltern lange, also mit dem haben wir ganz viel lange gearbeitet. Der hat uns auch begleitet. Die Außenanlagen, das Schwimmbad, nicht? Genau. Also ich meine, das war eine ganz erfolgreiche, lange Zusammenarbeit. Der war auch mit uns in China, war mit meinem Mann in der Ziegelfabrik und der hat uns unheimlich nach vorne gebracht. Und man muss auch immer sagen, dass… Der hat sich nicht gefürchtet vor den Herausforderungen. Der war hart im Nehmen, aber der hat auch ausgeteilt. So, und dann hatten wir eine kurze Episode, wo wir uns eben… Wir waren auf der Suche nach unserem Stil und haben dann auch versucht, modern zu sein. Haben wir mit Oliver Massabner zusammengearbeitet. Und auch wenn das jetzt sie nicht durchgesetzt hat, war das trotzdem auch eine gute Zeit. Und das war ein guter Entwicklungsschritt für uns, so würde ich das beschreiben. Ja, da habt ihr auch das Heft in die Hand genommen, mit diesen Architekten, nachdem der Vater übergeben hatte. Ja, aber was den Hochschuber ausmacht, wie gesagt, ist diese Vielschichtigkeit. Sowas kannst du nicht planen, aber das ist durch diese Erweiterung und durch den Drang, immer noch neue Ideen und neue Einrichtungen dazuzubauen, dann entsteht sowas, wie dieser Komplex, wie er jetzt dasteht. Da kann man auch einiges kritisch sehen. Aber der Kern, das habe ich auch schon heute mal gesagt, ist eben der Stammgast, der das Haus liebt und das gute Personal und die Liebe, mit dem das Haus geführt ist. Und damit ist alles durchdrungen. Und damit übersieht man dann auch Dinge, die vielleicht in einem anderen Haus anders gesehen werden. Und das Wertvollste ist diese Zuwendung zum Gast und der Gast, der das Haus mag. Das ist ein Wechselspiel. Und der sich auch, wenn er kommt und er entdeckt was Neues, immer wieder findet, weil er sagt, das ist ja neu, aber das hätte immer schon so gewesen sein können. Und heute, wo wir an der Bar vorbeigegangen sind, die ja jetzt gerade im Entstehen ist, also wirklich in den letzten Zügen, es ist viel neu, aber im besten Fall sieht der Gast es nicht und sagt einfach fesch, schön. Das ist aber ein gutes Beispiel. Und kann wieder 20 Jahre so bleiben. Das ist ein gutes Beispiel. Das machen wenige, weil ich sage immer, die Tiroler, die sind ja so verrückt, weil die hauen so viel Geld in die Häuser rein und zack und das gefällt mir nicht mehr. Rumscht, die reißen das weg. Der Herr Fischbach, der Tirol ist, der stimmt mir ja zu und das macht sich auch erfolgreich. Aber ein Tiroler hätte nicht diese alte Bar restauriert. Wir sind halt ein bisschen anders. Aber es ist ein Beispiel, dass man den Bestand würdigt. Es ist auch so, dass die Halle ja nicht sehr groß ist. Jetzt hätte man auch nicht eine Riesenbar einbauen können. Jetzt hat man den gesamten alten, so wie ein altes Motorboot aus den 30er Jahren, so habe ich den Tischler motiviert. Aber das Motorboot, Herr Sartek, das hatte besondere Tücken. Ja, natürlich, weil das Kühlanlagen drin, das musste man mehr oder weniger komplett neu bauen und jetzt sieht es aus, wie es vorher war, nur ein bisschen schöner. Und so war das auch, wenn Sie sagen, die Gäste schätzen was Neues. Es gibt Spezialisten, die gehen dann immer rum und sagen, ah, das ist schön, das habe ich mir schon angeschaut. Oder der Herr Köck, Sie wissen, der auch über seinen Sohn auch hier gearbeitet hat. Ah, ich habe schon wieder gehört, da muss ich gleich rauf fahren. Also da gibt es so Aficionados. Dann gibt es aber auch andere. Nachdem wir die Halle umgebaut haben, war ich auch ganz stolz. Der schöne Neuteppich und der Kamin ist verrückt. Gäste gehen rein, weil das ist jetzt ihre Zeit, ihre Woche im Hochschober. Die kommen schon seit zehn Jahren. Die haben das überhaupt nicht gesehen, dass das neu ist. Das hat uns auch unterhalten. Das muss man auch dann aushalten. Aber auch das passt zu uns, dass wir das aushalten, dass wir nicht immer... Aufzeigen. Ja, ich meine, wir zeigen schon auch auf, aber wir wollen Kontinuität und Beständigkeit und der Gast soll einfach sich immer hier wieder zu Hause fühlen. Ja, zukünftige Projekte gibt es natürlich auch. Also wir planen gerade das nächste Jahr. Das ist wieder etwas sehr Aufregendes. Eine Fassadenharmonisierung, weil die Fassaden, das ist ja wirklich, wie nennen Sie das, das ist irgendwie so ein Lehrbeispiel an Eklektik. Ja, wie Sie sagen, Sie haben die Architekten erwähnt. Es gab eben den Boom, da wurden die Erker so mit Gärungen, mit 45 Grad, mit Betonbrüstung gebaut. Das war angesagt. Das ist ein Trend. Boom, das gibt es. Dann gab es etwas, wo du vielleicht so kleine Balkonetten machst oder so französische Fenster. Es sind viele Bauformen in diesem ganzen Komplex vereinigt, das über die verschiedenen Zeiten halt zustande gekommen ist. Und jetzt geht es darum, die etwas zu harmonisieren, vielleicht mit der einen oder anderen Farbabstimmung, aber auch vom Metall her, dass man das nicht einmal grün und einmal hellgrün und einmal gifgrün hat, sondern dass man die ein bisschen zusammenzieht, vielleicht auch die eine oder andere Demontage und Hinzufügung, aber so, dass das ein bisschen sich mehr schließt, Läden auf der Seeseite und so weiter. Und dann auch Balkone ergänzen, wo es keine gibt. Ja, das ist auch wichtig, das ist ein Ferienhotel. Aber das ist ein großes Projekt, was jetzt, da gehört auch viel Mut dazu, weil es ist eine Investition, aber es konsolidiert das Haus, aber es geht nicht unmittelbar in die Zimmer hinein. Aber die Zimmer werden ja auch zusammengelegt und die wir verlieren durchs Zusammenlegen, da wird eine Aufstockung gemacht und das ist ein wirklich sehr großes Bauvolumen, wo mein Mann schon gesagt hat, er schickt mich weg für sechs Wochen, weil er das nicht aushält, dass ich immer so viel Wirbel mache, weil das kann eh nichts helfen. Naja, Sie sind ja dazwischen hoffentlich auch auf Urlaub in der Bauzeit, das müssen Sie sich auch gönnen. Aber ja, es ist ein Trend jetzt, wenn man sagt, die Bauteile oder die Bauabschnitte oder die Einzelentwicklungen reflektieren immer die Zeit und zum Beispiel das, was jetzt passiert, reflektiert die Tatsache, dass jetzt alle Zimmer, es muss alles immer größer sein. Hier waren wir mal froh, wenn man 30 Jahre hat, man hat ein Quartier hoch am Berg, es gibt dann Schnee, man war in einem gemütlichen Zimmer, man hat einen großen Rucksack gehabt, das war alles, und man ist mit dem Postbus aufgefahren. Und wenn Sie jetzt eine Timeline machen, so alle zehn Jahre, dann ist man mit dem Opel Rekord draufgefahren, mit dem Dachträger und dann ist es immer mehr geworden und jetzt kommen die Dachgalerien und die SUVs, die SUVs und die müssen auch noch parken und die Zimmer sind zu klein und die Kinder haben viel. Also das reflektiert ja auch oder das spiegelt unsere Gesellschaft nicht. Die Konsumentenforscher sagen, die Leute haben die Schränke voll, ich bin auch jemand, der immer viel zu viel parkt, muss ich gestehen, und ich brauche immer viele Kleiderpügel. Und es ist so, dass das jetzt gelernt ist als Reisender, egal jetzt die Destination, ob das jetzt Fernost ist oder die Menschen reisen, viele Gäste sind ja durchaus so, dass die auch mal in andere Weltgegen fahren und dort ist das Spiel, vier Stern ist größer geworden, fünf Stern sowieso, alles muss größer werden. Jetzt muss man das in Bezug setzen zu der besonderen Lage, aber auch hier geht ihr nach und sagt, gewisse Zimmergrößen sind für eine gewisse Gästeschicht selbstverständlich. Wir sind einfach wild entschlossen, wie Sie wissen und wie unsere Gäste von uns wissen, dass wir einfach dranbleiben und immer unsere Position behaupten und uns für unsere Gäste gut weiterentwickeln. So meine Abschlussfrage, Herr Sadek. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir gehen in Pension, Sie gehen mit uns in Pension, weil die Jungen, Neuen, wer auch immer das weitermacht, auch wieder ihre eigenen Berater, ihre eigenen architektonisch und Vertrauten dann wahrscheinlich finden werden. Wenn Sie sich vorstellen, wie steht der Hochschuber dann da, wenn Sie sagen können, jetzt das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Haben Sie da irgendein Bild oder eine? Der Punkt muss kommen und ich wünsche mir, dass dann der Nächste kommt, sagt, naja, das und das müssten wir anders machen, aber das und das gefallen mir, das kann bleiben, dass zumindest etwas, was wir über die Zeit geschaffen haben, geschätzt wird. Aber es muss so sein, dass eine nächste Generation eben mit anderem Blick hineingeht und dann verschieben sich die Wahrnehmungen und dann wird etwas anderes kommen, so wie wir eingestiegen sind. Und gute Arbeit, das wünsche ich mir schon, hat schon länger Bestand und das Wortreich ist gut ausgesucht, weil da kommt man rein und Sie kriegen noch immer Komplimente für das Wortreich. Absolut. Es ist halt auch schön mit dem Licht, aber die Regale sind doch so gearbeitet wie vor 200 Jahren mit Zahnleisten und das ist einfach, der Kamin ist auch heisch und ich glaube, dass das noch eine Zeit lang funktioniert, aber es wird sicher Zeit geben, wo jemand kommt, der sagt, machen wir es anders. Gemeinsame Projekte vorhaben. Ja, und dass wir uns noch daran freuen, das zu machen und ich freue mich noch immer sehr, dass ich da Ihr Vertrauen habe. Und es ist immer lustig mit Ihnen, Herr Sadek, nicht immer einfacher, es ist oft eine Herausforderung, aber wir haben es immer gut geschafft. Jetzt bedanke ich mich für das nette Gespräch. Danke für die Einladung. Gerne. Sag Ihnen danke fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Hochinteressant.